Jedenfalls habe ich schon gesagt, dass ihr es super findet, dass ihr auch so viel gekommen seid. Ist nicht mehr so selbstverständlich, wir sind auch schon in die Jahre gekommen. Aber ein paar Kärnten sind auch da, habe ich gesehen. Ich möchte dich persönlich begrüßen, die Familie Garschler. Wo ist sie? Hinter mir? Familie Garschler, nächste Nummer ist für euch, und zwar ein ganz neues Stück. Wir haben also nicht nur alte Nummern im Petto, sondern auch neue. Und zwar, das ist eine von der nächsten Platte, die wir... 2020 rausbringen werden. Und sie wird auch 2020 noch eine neue Nummer sein. Und sie heißt Fear of Angst. Also hat mich Unför crowbar. Ja... 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 Na... I'm coming for, coming on to the night For fighting lies, in the night For fighting these, in the night For fighting lies, 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 in the night Jaaaah Dankeschön, danke. Das ist Herr Gaschler von der Familie Gaschler.